Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und wenn ich in die Ewigkeit zum Himmelwert eingehe, den Ersten, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbietend werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich werde dann den Heiland sehen, der mich liebt. Ich sehe einst das Perlentor, es strahlt so hell und klar. Ich sehe einst das wunderschöne Heim. Ich sehe einst den weißen Thron und auch die Engelschar. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbietend werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe einst die Lieben dort in jedem Himmelsland. Und viele, die mit mir dann ziehen heim. So mancher wartet dort auf mich, an jenem goldenen Strand. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbietend werde ich stehen, anbietend werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ja, ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Mein lieber Freund, kennst du diesen Jesus Christus? Jesus, der gekommen ist, um den Sünder zu retten, um den Menschen mit Gott zu versöhnen, um eine Brücke zu schlagen zwischen Himmel und Erden. Dieser Jesus Christus klopft auch jetzt an dein Herz. Wenn du auch einmal mit mir zusammen und mit vielen, vielen Heiligen an diesem goldenen Strand stehen willst und diesem Jesus zu begegnen, den Erlöser, den Befreier, den Sohn Gottes, dann hast du heute die Möglichkeit, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Für Jesus. Sag Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Er ruft dich. Öffne dein Herz. Verstoß deine Stimme nicht. Der Herr segne dich. Bis bald.